Herzlich willkommen zu einem Video. Heute mit dabei ist erstmal Carverter und Black Dragon. Hallo. Ja, Carverter hat auch im Video angefangen. Wir wollten euch informieren, dass das Car-Saufer oder die Freerads resett werden. Deshalb wird jetzt das Projekt hier enden, unser Bunkerdorf. Und wir machen jetzt mal einen Rundgang und danach frage ich euch noch mal, was ihr auf eine Staffel Bock habt oder ob ihr ein neues Projekt Vorschläge habt oder nicht. So, wir machen jetzt eine Abschlussführung, wie es in unserem Haus ist. So, ich würde das mal sagen, hier. Ja. Wie seht ihr natürlich das Kistenlager? Oh, war zum Schluss. Okay, es war jetzt, Leute, war kurz noch weg. Hier hinten noch mein Zimmer. Kistenlager ist hier, wie schon wisst. Hier war mein Zimmer, wo ich auch gelebt habe, mit meiner Kuh, mit meinen zwei Hühnen. Ja. Ich war hier drin, wo. Hier drin waren wir stehen. Ja. Das wurde nie zu Ende geführt, hier. Ja, es hat irgendwie nie frisch vorbei. Ja, weil wir zu viel, wir hatten zu viel Platz. Wir hatten einfach zu viel Platz. Ja, dann kommen wir in die Wohnung von Bill und Hattie. Natürlich hier alles, wie man weiß. Ja, hat sich halt nicht so viel geändert. Ja, da hängt in die Tür. Ja, das hat sich halt nicht so viel geändert. Die beiden waren auch immer so oft online. Dann haben wir den Zimmer. Hier haben wir dann zum Schluss auch immer noch versteckten gefühlt, wenn ihr den Spiel noch kennt, wo. Oder die Zoll spielt. Hier hinten hat Sim noch alleine gewohnt. Danach. Aber da hat, weil da auch noch so irgendwie so aktiv. Dann, wenn wir nach hier hinten gehen. Dann, wenn wir nach hier hinten gehen. Hier oben hat sich also nicht viel geändert. Außer noch mein, äh, das Aquarium ist ja nicht. Das ist eher in schönen. Der Flügel. Weiter nach hinten gerufen kann nicht. Oder will nicht hier. Das kann man ein. Nein, das bis über sein. Ich habe das Ding, was ihr schon gesehen habt. Das ist, dass es darstellen. Ich hätte einfach mal Verschillung des Zimmers. So, dann gehen wir hier. Das ist, hier hat es angefangen. Das ist das Grundgestein. Hier an dem Ort hat es angefangen. Ja. Ja. Das ist ja schön, ne? Von hier kommst du eigentlich auch rüber hin. Ja. Hier hinten? Track auf. Hier hinten geht es jetzt lang. Hier war unser kleines Kistenlager, bevor wir das groß hatten. Hier hinten ist meine Hühnerzucht. Ich werde meine Hühner nie vergessen. Aber in der neuen Welt wird dann auch eine Hühnerzucht kommen. Wie der Massenzahle halt. Wie der Massenzahle halt. Wie der Massenzahle halt. Und diese Eingang ist so ätzend. I love it. Alles kann man es ja nicht machen, wo sie zu groß laufen. Aber ich liebe sie. Doch, wenn du Zaun hast und... Massenzahle halt. Und wenn du Zaun und Teppich drüber, kann ich rüber springen. Oh fuck, ich hab dich spätig gemacht. Ja. Dann geht sie hin. Ich wollte erstmal hier das mal. Aber erst mal die Arena. Also es sollte eigentlich eine eine werden. Ja, es sollte noch eine Werte da. Ich hab ein bisschen vorher schon, ob es halt ausgehöhlt. Aber die Zeit hat nicht dafür gereicht. Ja, ich hab schon auch immerhin. Aber, können nichts ändern dran. Ist jetzt so. Und, ähm, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass hätte, erst kann ich überhaupt da jetzt resettet. Ich so, saß halt früh in der Bahn. Und dann guckst du so, guck halt einmal auf dem Handy, bevor du noch eine WhatsApp bekommen hast. Also ich hab von denen in unserer Gruppe so, Alter, du hast Kalkerbit Recept. Äh, so kann ich jetzt gar nicht gebrochen. Ja, das ist der Team von Early Girlies Zimmer. Die war ja dann auch nicht mal aktiv, hat mich mal gespielt, seitdem wir, ich und, äh, Tim und noch ihren Aschglauben Hattie, die erstmal übelst getohlt haben und ein bisschen geärgert. Oh. Okay, hier hinten war unser Gemeinschaftsraum. Ja. Wir haben ein Gemeinschaftsraum von uns. Und, äh, wenn uns ein schön Kopf, äh, Hatties Kopf fehlt immer noch. Und von Black Dragon auch noch, ja, was heißt dazu, neu dazu kam. Ranziger ist auch natürlich hier. Ranziger hat uns das Lager gebaut. Hat uns das Lager gebaut und hat uns hier das hier übergeben. Wir haben's nie gebraucht, weil ich schon mal die Erken geholt. Und hier. Hier hinten hat Meinberg extra seine Musikkonstruktion kaputt gemacht. Ja, weil ich eine neue bauen wollte, aber da war ich bis jetzt nicht zu faulen. Ja, und jetzt brauchen wir's auch so nicht mehr. Das ist eigentlich ein doofes. Wir werden die Köpfe nie so schnell alles zusammen bekommen, wie wir jetzt haben. Ne. Dann haben wir natürlich hier hinten. Das ist mein Wegzimmer. Mein Zimmer wurde auch nie fertig, außer der Raum. Ja. Zirka für den Alarm. Der war halbwegs fertig. Komm, den Alarm einmal anmachen. Na, geht. Machen. Er ist kaputt. Ach, das war natürlich sehr klar. Immer. Immer funktioniert das ja nicht. Da hinten war unser Raum, wo wir alles verlassen wollten. Also, falls hier die Grief wären, dann wäre das mitbekommen. Das hätte ich keinen Sinn gemacht. Natürlich, Alter, Witz ist hier. Ich habe wirklich mehr aus die Mauer und den Raum der Tüme habe ich vielleicht nicht geschafft, hier reinzubauen. Und die Dings. Aber ich habe mich auch viel anders gekümmert. Hier ist noch das gleiche Feld. Das wollte ich eigentlich auch immer noch ordentlich machen. Und hier ist das Feld. Und hier ist Anni. Aber wir wissen nicht, wer Anni ist. Ja, Anni. Sie hat mich gefragt, ob sie bei uns etwas bauen darf. Ich habe ihr dafür was bezahlt. Okay. Das kennt ihr nicht. Okay. Auf jeden Fall. Auch daher käme ich dir. Da bist du, der Typ ist vor allem. Äh. Nicht kein Pferd, sondern Actam. Das Zimmer. Ja. Da ist einzige Tiere gehabt in der Gassenbase. Nein. Hatte er nicht. Ich hatte meine Hühner. Ja, aber wir haben die hier mit runter geschleppt mal. Ja. Ich weiß. Ich weiß es noch. Ich wäre es gestern gewesen. Und sehen Sie. Das ist mein Zimmer. Das ist dein Zimmer. Ja. Du meldest dich auch an dich noch zuvor. Ja. Ja. Wenn ich ja noch gar nicht. Ja. 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 Ich wollte das hier bauen. Ja, heute auch noch mit hier rein, aber durch das jetzt leider. Ja. Du kannst mal einen neuen Dorf mitmachen. Und wenn ihr jetzt hinten geht's noch. Bum. 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 Das schlägt mir gut. Oh. Das war's eigentlich schon wieder alles. Mann. Ich würde es kurz sagen, dass äh. Ja, das war's nicht mehr das Video. Wenn ihr jetzt Ideen habt, ob ihr, oder ob ihr eine 2 Staffel haben wollt, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr neue Ideen habt für neue Projekte auf Maschalos oder woanders, ab in die Kommentare für wenn das auch immer wieder online ist. Genau. Und dann noch, äh. Gibt's noch oder was? Äh. Kannst du überlegen. Äh. Wir haben jetzt hier alles gezeigt. Ich war doch, ich hab irgendwas. Ist mir was eingefallen. Aber was soll ich noch sagen? Ey, ich wollte noch mal bei meiner Community mich bedanken, weil ich. Es leichter zeigt, ist so geiler Feedback von euch. Das ist das eine wichtige Cooper P1. Er hat, ist so in den Himmel geschossen, die Aufrufen, so schnell zu sehen, das beliebste Video auf meinem Kanal. Da muss ich noch Danke sagen. Und ich hab jetzt, wie halt, wir sind hier bei den 2. Abonnenten wie vorher, wo das, äh. Ich nenne es einfach mal Lockdown, kann sein nennen, aber wo es runter ging. Ja, ich mich einfach noch mal bedanken. Ja, wenn ihr, wenn ihr Vorschläge habt in die Kommentare, manchmal wieder mal, äh. Plot vorstellen, so als der Vorstellung, also in den Kommentare. Dann lasst ein Like und Abo da. Schaut bei äh. Black Dragon auf dem Insta-Account bei, äh. Café da bei YouTube vorbei. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich melde mich kurz vor dem Schluss nochmal zurück, oder jetzt, es war eigentlich schon vorbei das Video, aber mir ist eingefallen. Jetzt Premiere. Ihr könnt die letzten, ich weiß nicht, ob es sieben Tage sind oder nicht, tu mir die, weil ich, wenn ich jetzt sage, aber ich fährte bis auch dafür eigentlich einverstanden, dass wir die Koordinaten von unserer Base freigeben. Klar, klar. Ja. Dass wir jetzt euch nochmal die Koordinaten zeigen von der Base, ihr könnt hierherlaufen und nochmal angucken, wenn ihr noch mal ein bisschen zimmer bauen. Ja, circa eine Woche seid ihr denn aufnehmen, ein Video, wo ich noch schneiden, sonst wird kein bisschen später werden. Könnt ihr nochmal herlaufen und anschauen. Wir zeigen, wir können ja gleich, wir können ja jetzt die Koordinaten zeigen. Ja. Und. Also. Leute, es ist FP4 und hier sind meine Koordinaten. Ja, meine seht ihr auch schon. Kommt dann hierher. Lootet alles leer. Ja. Und doch damit auch einen schönen Tag. Viel Spaß. Ja. Und ja. Dann würde ich sagen nochmal tschüss, bis zum nächsten Mal und tschapau. Ciao. Ciao.